mit uns hast du gute karten hallo community da sind wir wieder die drei vom trader youtube channel der dennis der julian der nücher hallöchen mit unserer wochenshow erst mal wieder vielen dank fürs zuschauen und für die vielen kommentare weil da gerade so eine gute kommunikation zwischen uns ergibt wird auch wieder ein video geben wo wir dann noch mal auf eure kommentare dann direkt in kamera antworten na aber erst mal vielen dank fürs zuschauen auch für die wochenend videos dass ihr da so mit dabei seid ja und wir kommen zum gewinner der letzten wochenshow glückwunsch check check hat es gecheckt und hat das package gewonnen und jetzt wieder zu der aktuellen so geht sie da ein und die märkte mit der coolen hipster bag und zwar gibt es da diesmal zwei boulder deck cases zu mir schicke deck cases und zwei supreme sleeves einmal in zwei packs und dieses einmal in gelb einmal in schwarz gab da schön was um die decks einzutreten und da standesgemäß zu zocken ja noch ein ganz dicker hinweis wenn ihr es nicht mitbekommen habt auf unsere facebook commander anthology aktionen die läuft ja noch bis zum 13.6 eine box kommen anthology haben wir generell raus wenn wir 1000 likes erreichen wird es noch eine zweite und wenn die facebook seite 2500 likes erreichen sollte haben wir dann noch eine dritte box raus also wir freuen uns auch alle schon auf commander und sind da auch gespannt was da so drin steckt und wie es sich natürlich spielt ok kommen wir zu den kommentaren blary fragte passen die die spiele handbücher der aus den bundles den ehemaligen fatpacks in das collectors album was wir letztes mal vorgestellt haben deswegen haben wir hier mal den test gemacht das ist das collectors album und da da wie sie haben wir was vorbereitet also das handbuch passt da rein ich kann es also entsprechend abheften wenn ihr also eure serien da weg sammeln möchtet könnt ihr das entsprechend so begleiten dass sie die karten des sets sammeln und einfach dann entsprechend das handbuch da mit rein tackert ok sascha fragt welche höhlen sind momentan eure favoriten bis zu anfangen was sind deine favoriten meine favoriten sind eigentlich die supreme slice weil ich finde die halt einfach gut und man kann sie auch wenn die karten da drin sind gut in der hand halten und so schön mischen und von ultimate guard ja ja aber du bist nicht gekauft durch das t-shirt dass du dir schon gekippt hast ja von captain american nein es ist komplett unvoreingenommen also also du sagst ultimate guard ja ultimate guard auf jeden fall Okay, gut, Dennis, deine? Mir völlig egal, aber du hast ja den für mich wichtigen Teil der Frage ausgelassen, oder? Hat er nicht gefragt, ob einfach oder doublesleeved? Das kannst du ja auch noch dazu nehmen. Ja, da sag ich doublesleeved. Also Hülle ist mir total gleich, weil es gibt eh andauernd neue, weil ich so viel spiele, sag ich mal, die kriegen immer wieder einen mit und irgendwelche Knicke und was, dann gibt es einfach den nächsten neuen oder was weiß ich was. Öfter mal was Neues. Und dann doublesleeved. Ja, okay. In meinem Fall. Also ich spiele nicht doublesleeved, ich spiele ganz normal. Dadurch sieht es mir ein bisschen zu dick, in meinem Verstand da. Es gibt sich. Ich spiele eigentlich immer mal wechselnd, weil ich natürlich beim Trader hier auch für die Hülle immer mal Probe spielen, wenn wir sie ins Sortiment reinnehmen und auch für den Store auch mal Decks auch mal anderen Spielen an die Hand geben und insofern auch beim Friday Night Magic oder so mische ich eigentlich immer mal, dass wir mal mit Ultimate Guard spielen und dann nehmen wir mal wieder Ultra Pro rein und wir haben natürlich auch mal ein bisschen gebrauchte Hüllen im Sortiment. Also bei mir, ich bin da nicht festgelegt, ich mag eigentlich auch mal den Wechsel um da immer mal, auch den Wechsel mal zu bespielen. Max, magst du dann einen Ticken mehr? Und wow. Ultimate Guard. Kann ich ehrlich sagen. Aber ich bin da offen. Also es ist auch mal wieder cool, zum Beispiel, wenn wir die Duel Dicks machen, dann zocken wir ja mit dem Motivfüllen. Finde ich auch richtig stundes Ding. Das finde ich richtig cool, dann zu sagen, wie bei Amon Cat, als wir mit Gideon und den Leila gezockt haben. Das ist dann richtig cool. Das macht dann, gibt dann natürlich einen Kick mehr, wenn du dann die Plains of God exportierst. Ja, aber irgendwann bei Ultra Pro werden die Hüllen so ein bisschen abgenossen, dann kann man nicht mal so gut mischen für dich. Das ist bei Ultimate Guard nicht so schlimm. Ja, deswegen musst du ja gucken, was dir am besten gefällt. Es ist auch die Sache, ob du jetzt Motivhüllen nimmst oder andere nicht Motivhüllen, da solltet ihr einfach mal ausprobieren. Auch mal versichern, Marken mal probieren, wirklich, und dann gucken, was euch da selber gefällt. Ich nehm immer Monoschwarz. Wieder eine kleine Serie, ne? Okay. Lucky Lucano, würde gerne unseren privaten Commander Deck sehen und vielleicht auch ein Gameplay-Video. Dazu müssen wir sagen, ich hab noch gar kein eigenes Commander Deck. Du auch noch nicht? Dennis, hast du eins? Auch noch nicht. Nein, ich hatte mal eins und dann irgendwann hab ich mich drüber aufgeregt, weil ich meine Playsets, wenn ich die Karten, da hab ich immer eine reingetan und dann willst du ein anderes Deck bauen und dann brauchst du die Karte viermal. Fängst an, die zu suchen, wie bekloppt. Und die ist im Commander Deck. Ja. Und dann fang ich an, dann hab ich das irgendwie schnell wieder auseinandergebaut und ne, hab ich nicht. Okay, ich hab doch schon mal eins gespielt, aber ist ewig lang her. Ja, gespielt, ja, aber hab ich nicht. Also fünf Color Magic gemacht, dann war ich schwarz, da war mein Deck komplett schwarz. Aber wir werden ja Commander spielen, entsprechend mit Commander Anthology. Das werden wir auch über Video begleiten. Ja, und dann zocken wir schön ein und werden Decks auch vorstellen. Und da werden wir natürlich auch einfach mal nochmal den Peak und auch einen Blick irgendwie auf Commander werfen und euch auch weitergeben. Okay, kommen wir dazu, was über die Woche passiert ist. Da haben wir unser zweites Q&A-Frage- und Antworten-Video haben wir euch vorgestellt, wie ihr sehen könnt. Wir haben die Ultimate Guard Mad Cases haben wir mal vorgestellt und beleuchtet, reingeschaut. Und wichtig gerade für die Anfänger, wir haben euch das Booster-Draft-Format erklärt. Ähnlich wie bei dem Track-A-Pack-Video, wo wir dann mal sagen, hier, schaut mal drauf, welche Karte wir picken würden als Anregung für euch, bei unseren Überlegungen mal mit dabei zu sein. Geht es um How-to-Play, Booster-Draft-Format, darum, was ist das Format überhaupt, wie sollte ein Deck gebaut werden und so. Alles das wird dort erklärt. Schaut da mal rein, wenn es euch interessiert und ihr Interesse an diesem Format habt. So, zu den News. Kommen wir zu den News. Fangen wir an mit dem Commander, bleiben wir bei Commander. Da habt ihr in der Wochenshow 19, beschäftigen wir uns mit Commander Anthology im Detail. Jetzt kommen wir zu einem Leak, der ins Internet gekommen ist, jetzt über die Woche, zu Commander 2017, das erst am 25.08. diesen Jahres erscheint. Also kommt nicht durcheinander. Und es ist unbestätigt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es Fake ist oder vielleicht kommt es doch und so. Aber es hat auf jeden Fall zur Folge, dass die Karte Zirilan von der Klaue, das ist ein Drachensucher, der uns halt einen Drachen aus dem Deck raus sucht und ins Spiel bringt mit einer Sneak Attack Fähigkeit, Schleichangriff Fähigkeit, einfach mal den Gegner an den Kopf wirft. Seiner ist er dann zwar weg, aber im Drachendeck haben wir natürlich nur entsprechend starke Drachen, die auch starke Effekte haben. Und der ist natürlich dann krass im Preis angestiegen, weil natürlich viele Spieler sagen, wow, es kommen jetzt Drachendecks, denn in Commander 2017 sollen genau wie in Anthology vier Decks enthalten sein diesmal. Und laut Aussage des Herstellers, das ist ein offizielles Statement, sollen almost most interesting und popular tribes enthalten sein. Also sehr, sehr interessante und sehr beliebte Stämme. Also Drachen ist natürlich ein super beliebtes Thema, anders als Elfen, Engel, keine Ahnung, was da irgendwie kommt oder so. Elfen kommen ja in Anthology schon. Ja, also lassen wir uns mal überraschen. Gehen wir mal zu den geteaserten Karten, die jetzt eventuell ein Fake sind, aber das ist so die Neuigkeit der Woche. Gucken wir uns das mal zusammen an. Wir haben den Urdrachen. Monster Viech kostet neun Mana, eins von jeder Farbe und vier beliebige. Hat dafür, dann ist ein Legendär Drachen Avatar 10-10 mit der neuen Fähigkeit Eminence, die sagt, solange wie der Ur-Dragon in der Command Zone ist oder auf dem Schlachtfeld kosten andere Drachensprüche ein generisches Mana weniger zu sprechen. Dann hat er Flugfähigkeit und wenn eine oder mehr Drachen, die ich kontrolliere, angreifen, darf ich so viele Karten ziehen, dann darf ich eine bleibende Karte von meiner Hand ins Spielfeld legen. Also ich darf so viele Karten ziehen, wie Drachen angreifen. Wie Drachen angreifen, ja. More dragons you control the attack. Ja, genau. Ja, das ist schon ein Brett, ne? Aber? Den kann man sich mit dem Cirilan rausziehen. Aber er kostet halt mal noch von jeder Farbe, ne? Ja, den kannst du ja mit dem Cirilan, der so abgegangen ist, rausgeholt zum Beispiel. Keine Ahnung. Aber man muss halt mal schauen, also diese Commander Decks, wir werden sehen, also der wird dann wohl, wenn die Karte real ist, dann werden die Commander Decks für den Drachen Tribe ja wohl fünf Farbe sein. Denk ich mal. Komm, wie schwer von ausgeht. Okay, nächste Karte wäre die Vasitora Nekoro Queen 3 Mana 2 Katzendrache. Es gibt auch einen Katzendrache Token. Haben wir den auch als Bild da? Nee, okay. Katzendrache Token haben wir es nicht als Bild da. Ja, ne? 5,4 Flying Trampel. Wenn, whenever Vasitora Nekoro Queen deals damit, combat damage to a player, that player, dann muss der Gegner eine Kreatur opfern, wenn sie Kampfschaden auf den Spieler macht. Wenn der Spieler das nicht kann, dann bringst du einen 3,3 schwarz, rot, grünen Katzendrachen mit Flugfähigkeit ins Spiel. Hast du überhaupt gesagt, dass sie fünf Mana kostet? Hast du das gesagt? Jetzt hast du es gesagt. Okay, so kostet fünf Mana. Okay. Haha. So, dann haben wir Taigam Oyotal Master, eine legendäre Menschenmonk Kreatur für vier Mana. Drei, vier. So, der sagt, Spontanzauberhexereien und Drachensprüche, die ich kontrolliere, können nicht gecountert werden von Sprüchen oder Fähigkeiten. Und immer, wenn ich einen Spontanzauber oder eine Hexerei von meiner Hand spreche, wenn der Taigam Oyotai Master diese Runde angegriffen hat, dann bekommt der Spruch Rebound. So, Rebound heißt nochmal, der Spruch wird geexiled und jetzt beginning of your next upkeep kann ich den nochmal Casten vom Excel ohne die Mana Kosten zu sprechen. Dann kommt er also nochmal zurückgeflickt, praktisch ohne Mana Kosten. Was ja auch cool ist. Und wir haben als letzte geteaserte Karte nochmal einen Drachen Spirit. Okagashi, Vengeful Kami, fünf Mana, jedes einer Farbe und ein farbloses, legendärer Drachen, Spirit, 6, 6, fliegend, Trampel und wenn ever, Okagashi, Vengeful Kami, deals, combat damage to a player, if that player attack you during his or her turn, exhale target, nonland permanent, that player controls. Der nimmt also den Spieler einen nicht land permanent weg, wenn wir Kampfschaden auf einen Spieler gemacht haben. Wenn, wenn der Spieler mich in der letzten Runde angegriffen hat. Richtig. Ok. Völlig egal, was damit passiert ist. Genau. Also zwei Bedingungen entsprechend, um das zu machen. Alles klar. Gut. Er, du musst mit dem Ding den Hinterkampfschaden zufügen und er muss dich zuvor anhören. Genau. Genau. Ok. Das sind die geteaserten Commander-Karten. Macht ja schon mal Lust auf mehr. Also generell ist das Commander-Format ja ein bisschen langsamer. Wir haben mehr Zeit, auch mal die Karten zu sprechen, die man im Duell halt nicht sprechen kann, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben, uns aufzubauen. Ist ja auch ein Multiplayer-Format. Wie gesagt, wir werden da auch erstmal Commander Anthology ja veröffentlichen und bespielen. Bleibt da mal dabei. Ok. Dann wurde der Name der 76. Magic Expansion wurde bekannt gegeben. Schreibt sich X-Alan und wird wohl gesprochen X-Alan. Ich tippe. Maybe. Maybe. Sehen wir dann. Maybe, 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 maybe. Kommt raus am 29. September 2017 und es wird eine große Magic Serie wieder sein. Wie bei Amon Cat wird es also wieder eine große und dann kommt es für eine kleinere Serie hinterher. So wird es auch bei X-Alan sein. X-Alan. Ja. Sind wir gespannt. Wir waren mal sehr gespannt. Ne, Infos gibt es noch nicht. Jetzt kommt Dennis Teil, denn du warst ja in Kopenhagen gewesen und hast gesehen, gewonnen hat Mattia Rizzi. Und dann gibt es noch was über den Grand Prix Kobe zu gewinnen oder zu erzählen, den John Tso gewonnen hat. Aber das ist jetzt dann mal dein Rat. Dann lassen wir uns. Was hat denn gewonnen? Wie du gerade gesagt hast, genau richtig, am Wochenende war Grand Prix Kobe und Grand Prix Kopenhagen. Beide im Modern Format. In Kopenhagen hat, wie du auch schon gesagt hast, Mattia Rizzi gewonnen und zwar mit Grixis Deathshadow mit einem schwarz-rot-blauen Deck. Prinzipiell geht es um den Deathshadow selber, den man aufs Spielfeld bringen möchte, womit man den Gegner totschlagen möchte. Und drumherum helfen so Sachen wie der Snapcaster, andere Karten wie zum Beispiel Stubborn Denial, was in diesem Deck fürchterlich lächerlich gut ist, noch viel besser zu machen. Also du versuchst dir selber Schaden zu machen, jede Menge und Snapcaster und die ganzen Instants und Sorceries tummeln sich irgendwie drumherum und das Deck ist richtig gut. Also es hat so ein bisschen was von diesem Devil of Secrets Deck, was man vorher hatte. Der Devil ist weg, dafür ist jetzt der Deathshadow da. Immer so ein bisschen am Rande des eigenen Todes. Aber das ist richtig gut und das ist auch richtig auf dem Vormarsch aktuell. Und in Kobe war es schwarz-weiß-Eldrasi, was er gewonnen hat. Hier geht es eigentlich nur um die brachiale Card-Quality von so Sachen wie dem Sword-Nut-Seer, dem Reality-Smasher, die beiden fetten Eldrasis, die den Gegner so ein bisschen vertrieben und die richtig gute Karte im Format Lingering Souls, die sehr gut ist gegen Griexel's Deathshadow, weil man einfach Jumpblocker erzeugt und die dir erstmal drumrum spielen muss, während man selber noch aktiv agieren kann. Sehr schön fand ich, dass auf beiden Grand Prix's die Top 8 aus sehr vielen differenzierten Decks sich zusammengesetzt haben. Also man sieht im modernen Format ist wahnsinnig viel möglich mit richtig, richtig starken Karten. Da ist der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Da kann man einfach mal reinladdeln. Ich war auch wie gesagt in Kopenhagen mit dabei. Richtig cooles Event. Zeigen wir euch vielleicht auch mal ein bisschen was dazu. Und ja, das war es von mir zu den beiden Grand Prix's. Okay, also modernen Format finde ich auch spannend. Von uns wird auch noch auf Sicht nochmal kommen ein How-to-Play-Modern, wo wir euch nochmal mehr Informationen zu dem Format geben werden. Jetzt kommt aber bei uns zum Wochenende erstmal nochmal ein neues Cracker Pack, wo wir nochmal uns Ammo-Kettel im Booster Pack aufmachen und schauen, wer pickt was als erstes. Wir stellen euch die Ultimate Guard Ordner vor, also die Binder, was es da so alles an Sammelkartenordnern gibt. Und aufgrund der Vielzahl der Fragen von unseren Kommentaren gibt es nochmal ein Q&A, also Fragen und Antworten, den dritten Teil. Ja, und das war es das schon für diese Woche wieder. Sind wir wieder durch mit der Wochenshow. Hat Spaß gemacht. Es gab wieder was Interessantes zu erzählen. Bin gespannt, ob die Drachen sich also wahr erweisen. Von uns natürlich immer die Bitte, hier sagt euren Freunden Bescheid, dass es den Kanal gibt. Bleibt bei uns, unterstützt uns mit euren Kommentaren, Wissen, Likes und sagt eure Community Bescheid. Okay, dann sind wir raus, oder? Wir haben, ne? Da ist es? Ja. Ich bin von der Tanke verabschieden. Alles klar, sind wir raus. Tschüss. 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 Tschüss.